Hallo zusammen, wir haben einen neuen Ligaspieler, La Liga ist jetzt dran, das heißt dann fehlt eigentlich nur noch Bundesliga der Top 5 Ligen. Mal sehen wann das kommt, aber wir kommen jetzt erstmal zu Gonzalo Gude, ist ein Portugiese, eigentlich Offsiever, also Zehner oder Stürmer kann man ihn spielen, weil die Werte sehen schon sehr sehr gut aus, 90 Tempo, 85 Dribbling, 85 Schuss, 81 Passen, 76 Physis, also es ist halt entweder spielt man ja als Stürmer oder als Zehner, geht beides, je nachdem welcher Champions-Style man drauf packt. So, ansonsten wir müssen 15 Partien gewinnen im Manager-Meisterstück mit nur La Liga-Spieler, 30 Tore dabei machen, 20 Tore vorbereiten, dann in separaten Partien außerhalb des Strafraums treffen und 6 Tore per angeschnittenen Schuss. Sollte machbar sein, ist natürlich viel Aufwand, aber es ist auch sehr lange noch möglich, nämlich genauso lange wie hier das drin ist, also noch 35 Tage, das sollte irgendwie machbar sein. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei und bis dann. Ciao, ciao.